Hinter den Laboren Ein Roman von Jörg Bergstedt Erschienen im Seitenhieb Verlag Teil 11 – Letzte Versuche Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegend nicht zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. 3 zu 1 Ja, selbstverständlich, versuchte Marvin, jeden Zweifel zu beseitigen. Wir sind gern dabei. Auf der anderen Seite der Leitung war Einie Kirchenvertreti aus Oberhausen und fragte, ob Einie Befürworte aus der Senexik-Forschung an einer geplanten Podiumsdiskussion teilnehmen würde. Wir wollen gern Jemensch aus Ihrem Hause haben, weil Sie mit Ihrem Firmennamen inzwischen auch überregional bekannt sind. Das dürfte Interessierte anziehen. Wer soll noch kommen? Wir haben noch keine festen Zusagen. Eine kritische Person soll kommen und zudem Jemensch aus der Wissenschaft. Das gefiel Marvin. So konnte er einigermaßen sicher sein, dass es 2 zu 1 stehen würde. Denn eigentlich alle Forschis, die sich öffentlich zum Thema äußerten, standen hinter der Technik. Oder gaben das zumindest vor, weil die Förderprogramme das voraussetzten. Wer moderiert den Abend? Das steht schon fest. Die Stiftung Gott und die Welt wird diese Aufgabe übernehmen. Noch besser, dachte sich Marvin. 3 zu 1. Er sagte zu. Der Doppelschlag Auf dem Programm stand der Besuch von technischen Assistentis der Überwachungsfirma, um zu erfahren, wieso alle Sicherungen auf der zerstörten Baustelle ausgefallen waren. Die Soko war vollständig vertreten. Dem Vortrag der Technikis lauschten alle gespannt. Es gab etliche Beschädigungen. Einige Kabel waren sauber durchtrennt. Hier, hier und da. Mit einem Leuchtstift fuhr die Techniki auf dem Touchscreen über die Luftbilder. Waren das besonders empfindliche Stellen? Ja, schon, aber nicht mehr als andere. Es waren die Stellen, wo die wichtigsten Kabel gut erreichbar waren. Weil sie aus der Wand kamen oder überirdisch liefen. Das ist ja noch Baustelle, wissen Sie? Ja, natürlich. Aber sind diese Stellen auch schnell erkennbar? Nein? Schon sowieso nicht im Dunkeln. Das heißt, die Tätis kannten sich aus. Anders können wir uns das nicht erklären. Wie kann das sein? Die Techniki zog die Schultern hoch. Die Wachleute haben keine verdächtigen Personen in der Zeit davor beobachtet. Haben Sie jedenfalls gesagt, fügte der BKAler an und steuerte auf sein neues Thema zu. Sie haben Listen mitgebracht, wer Zutritt zur Baustelle hat? Ja? Lassen Sie uns hier durchgehen und sagen Sie uns ganz genau, wer von denen welche Aufgabe hatte. Und vor allem, wer sich mit der Sicherungstechnik befasst hatte. Es wird ja welche geben, die wussten, wie das Gelände abgesichert war. Naja, so richtig wussten das nur wir. Die Meldungen gehen ja auch bei uns in der Zentrale ein. Und was ist bei Ihnen eingegangen, als die Kabel durchschnitten wurden? Nichts mehr. Die Bildschirme schwarz? Die sind schwarz. Oder irgendwie anders. Jedenfalls keine Daten und kein Bild mehr. Was machen Sie dann? Tja, was sollen wir machen? Erstmal einige technische Checks. Die Signale werden ja von der Baustelle über die üblichen Leitungen und Funksignale übertragen. Heute ist ja alles gedoppelt. Einmal per Glasfaser, einmal durch die Luft. Sie erhielten auf beiden Kanälen nichts mehr? So war es wohl. Jedenfalls steht es so im Logbuch. Ich bin ja Techniki und sitze nicht direkt am Bildschirm der Überwachung. Wann bekamen Sie von allen mit? Es ging ein Notruf raus, als die Leute am Bildschirm keine Datenleitung herstellen konnten. Waren die in Panik? Nein. Sie haben die Lage überprüft und ein Gespräch mit den Wachleuten geführt. Die sagten, alles sei in Ordnung. Also hat niemand die weiteren Notfallpläne ausgelöst. Die Kriminalbeamtis sahen sich an. Verdammt, rutschte es Nervin heraus. Davon hat uns niemand was erzählt. Der Bickeraller nickte triumphierend. Wir werden nochmal mit den Wachleuten reden müssen, forderte er ein. Sie verdienen wenig. Sie hassen solche Techniken. Verdächtigen Sie unsere Leute? mischte sich eine Techniki ein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schon allein von den Möglichkeiten her, die die haben. Die sind ganz unten auf der Leiter, wissen Sie? Egal, wollte Milana das Gespräch fortsetzen. Gab es denn keine Codes für Gefahrenlagen, die unauffällig durchgegeben werden konnten? Wohl nicht. Oder sie sind nicht angewendet worden. Lassen Sie uns die Liste durchgehen, schlug Jetzigi vor. Die Technikis stellte sein U-Pad in den Schacht und öffnete die Tabelle. Alle standen hinter ihrem. Starten auf den Touchscreen und lauschten den Angaben. Draußen war es dunkel geworden. Das würde heute ein langer Arbeitstag werden. Am zentralen Kommunikationsrouter piepste es. Milana setzte das Headset auf und nahm die Eilmeldung an. Ja? Dann hörte sie zu. Nein, ich glaub's nicht. Warte! Sie drückte auf die Lauttaste, sofort tönte das Gespräch aus dem Raumbeschallung-Surround, aber in schlechter Qualität. Ein Außenteam hatte angerufen und schlechte Empfangsqualität. Wir sind auf dem Weg. Der Laden ist wohl kaputt. Völlig wie... Äh... Kleine Pause. Leipzig, meinst du? Ja genau, hört sich jedenfalls so an. Alles abgebaut. Kein Alarm. Alle Warnsysteme ausgefallen. Die Bewachis wurden festgesetzt und konnten lange keinen Notruf absetzen. Gerade haben sie die Zentrale angerufen, die uns losgeschickt hat. Am zweiten Arbeitsplatz piepste es. Die Einsatzzentrale. Nermin nahm ab und erfuhr das Gleiche noch einmal hausintern. Wir sind in zehn Minuten vor Ort, knisterte es aus Melanas Gerät. Im Soko-Büro herrschte Stille. Kein Wort. Keine Bewegung. Hallo? Seid ihr noch dran? Ja. Fassungslos starten die Beamte sich an. Die Vernehmung der Technik gießt wurde erst mal vertagt. Es galt, Wichtigeres zu tun. Ruf noch mal an, wenn ihr da seid und alles gesehen habt. Das gibt's doch nicht. Innerhalb von 48 Stunden. Zweimal eine derartige Nummer. Ich melde mich, klar. Bisher weiß ich das ja nur aus dem Notruf. Ein Lachen erfolgte aus den Boxen. Warum lachst du? Notruf? Ich lach mich tot. Mehr als zwei Stunden, nachdem alles vorbei war. Die Hubschrauber sind gar nicht mehr gestartet, fügte Nermin hinzu. Das hatte sie von der Einsatzzentrale erfahren. Okay, ich drücke euch die Daumen. Ja, bis dann. Es knackte. Die Verbindung war weg. Im Raum blieb es ruhig. Dann ein Schlag. Sigi und der BKAler zuckten zusammen und schauten zu Melana. Die hatte mit voller Kraft mit der Faust auf den Schreibtisch gehauen. Die halten uns zum Narren! Wer fährt raus? Lass uns aufteilen. Zwei nach draußen, eine in die Einsatzzentrale und eine hier. Okay? Erklärungsnöte Es dauerte trotz der wichtigen Aufgaben, die zu erledigen waren, lange, bis sich das Soko-Büro wieder füllte. Alle arbeiteten bis spät in die Nacht, auf der schwer zerstörten Baustelle in Charlottenburg, allein mit den vier U-Pads im Soko-Raum oder in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums. Wieder waren die Wachleute eingesperrt worden. Ein erstes Gespräch vor Ort hatte ergeben, dass sie diesmal alle im Keller eingeschlossen wurden und gar nichts sahen oder hörten. Jetzt am Tag waren die Spurensuchis der Polizei vor Ort und die Wachleute nicht mehr nötig. Daher wurden sie am Nachmittag zur Vernehmung geladen. Vorab sortierten die Soko-Mitglieder Fotos und erstellten Berichte. Wenn ich mir die Fotos anschaue, scheint der gesamte umgebende Zaun intakt zu sein. Ja, war auch so, schilderte der BKAler die Lage vor Ort. Er war mit draußen gewesen. Eine neue Meldung traf ein. Der sächsische Verfassungsschutz hat einen Bericht für die Presse verfasst. Anti-Senexik-Aktivitäten Offenbar versuchen vermehrt Linksextremistis und andere gewaltbereite Gruppen, auf Proteste gegen das Abstoppen von Alterungsprozessen und Senexik-Versuche Einfluss zu nehmen. In Sachsen kam es in dem Zusammenhang zu einem herausragenden Ereignis. Vorgestern Nacht wurde auf dem Gelände der Bio-City Leipzig die Baustelle eines Labors der Firma Mikrolysis fast vollständig zerstört. Einige Bewachis wurden bedroht und festgehalten. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro. Eine bisher unbekannte Gruppe, autonome Aktionszelle Altersweisheit, bekannte sich zu der Tat und begründete ihr Vorgehen mit der Ablehnung der Senexik-Forschung. Eine vergleichbare Aktion wurde zwei Nächte später in Charlottenburg, Berlin, durchgeführt. Dort wurden mehrere Wachleute mit Schlagstecken und Pfefferspray bedroht und eingesperrt. Es ist wahrscheinlich, dass die Taten zusammenhängen. »Toll, die haben ja Erkenntnisse«, wischte Nermin die belanglosen Sätze der Geheimdienstles vom Touchscreen. An Sigis Arbeitsplatz meldete sich das U-Pad. »Ja?« »Ja, genau.« »Aha. Das ist interessant. Haben Sie die Geräte beschlagnahmt?« »Okay, schicken Sie alle ausgelesenen Daten sofort an mich. Ich schaue mir das an.« »Ja, danke.« »Überprüfen Sie mal alle Datenbanken, was wir über die eingesetzten Leute wissen.« »Ja, alles.« »Wir überlegen hier mal, ob wir noch mehr machen.« »Gut. Ja, danke und ebenfalls.« »Wiederhören.« Nermin schaute erwartungsvoll auf ihre Kollegi. »Zwei Wachleute aus Leipzig haben doch ausgesagt, dass ihnen die U-Pads weggenommen wurden und diese nicht mehr auftauchten.« »Ja, erinnere ich mich.« »Die sind jetzt wieder da.« »Wie wieder da?« »Meine Kollegis haben nochmal die Funkzellen ausgewertet, jetzt von den Tagen danach.« »Da waren die gestohlen gemeldeten U-Pads wieder drin.« »Ach ja, interessant.« »Und jetzt haben wir die.« »Wo waren die?« »Bei den Wachleuten, die wieder im Dienst sind.« »Wie bitte?« »Versicherungsbetrug mal eben am Rande auch noch?« »Oder was?« »Wie wäre es mit Tatbeteiligung?« »Mischte sich der BKA alle ein.« »Wieder piepste es.« Melana stand noch vor dem Display und sah die Nummer. Die Ministerin. »Das würde ein schweres Gespräch.« »Wir brauchen einen Erfolg. Schnell. Egal wie!« rief sie, bevor sie das Gespräch annahm. Pressegespräche »Ajit und Marvin hatten alle Hände voll zu tun.« »Das Medienecho auf die zwei spektakulären Zerstörungen war gewaltig.« »Jetzt galt es, Erklärungen abzugeben, um wenigstens in der Sache gut dazustehen und die bislang unbekannten Saboteuris als Krawallmachis zu denunzieren.« »Auch mussten Zweifel an der Fortführung der Forschung und Laborerweiterung zerstreut werden.« »Vor allem bei den bisherigen und zukünftigen Förderern.« »Wie wirken die auf dich?« fragte Marvin. »Was meinst du?« »Ich habe bei mir das Gefühl, dass die zweifeln.« »Bist du dir sicher, dass sich nicht bei dir im Kopf was verändert und du dadurch gleiche Worte anders interpretierst?« »Keine Ahnung.« »Aber eben im Gespräch mit der Gott- und die Weltstiftung war es schon recht deutlich.« »Sie müssten erstmal in ihren Gremien beraten«, hieß es ständig. »Das war bisher nicht so.« »Was mir eher auffiel, sind die kritischeren Fragen der Journalistis. Die wollen wissen, ob und wie es weitergeht.« »Ja siehste, die zweifeln auch.« »Achit rief die neuesten Artikel auf.« »Das Laborjournal veröffentlichte unter der Überschrift »Labore und Forschung zerstört«, das JUPED-Interview mit Marvin vom Tag zuvor.« »In den letzten Tagen verwüsteten in Leipzig und Charlottenburg vermummte Aktivistis Baustellen für Labore der Senexik.« »Diese Zerstörungen sind nicht neu. Das Ausmaß an Gewalt, das angewendet wurde, dagegen schon.« »Für Marvin Schaluppe von der Firma BioGueronto sind diese Überfälle eine wissenschaftliche Katastrophe.« »Laborjournal.« »Herr Schaluppe, was ist an den Abenden bei den Laborbaustellen vorgefallen?« »Marvin Schaluppe.« »Mehrere Personen haben die an der Baustelle positionierten Wachleute überwältigt, in einen Raum gesperrt und sie mit Scheinwerferlicht geblendet.« »Ihn wurde das JUPED abgenommen und die Reifen eines Dienst-E-Bikes wurden zerstochen.« »Die Aktivistis waren mit Schlagstöcken und Pfefferspray bewaffnet, was sie aber zum Glück nicht eingesetzt haben.« »Die Laborzerstörries haben innerhalb von wenigen Stunden die Arbeit von Jahren zunichte gemacht.« »Alle technischen Anlagen wurden zerstört, die Kabel in Stücke geschnitten und etliche Gebäudeteile abgebaut.« »Werden solche Baustellen immer bewacht?« »Wer trägt die Kosten dafür?« »Schaluppe.« »Anfangs gab es an einigen Orten keine Überwachung. Diese wurde aber mit der Zeit notwendig.« »Meist sind mehrere Wachleute zusammen mit einem Hund oder Gänsen Tag und Nacht vor Ort.« »Im letzten Fall gab es kein Hund, was wohl auch ein Grund für den Überfall sein mag.« »Die Gänse haben nichts bemerkt. Warum, weiß ich noch nicht.« »Für die Überwachung mussten wir die Übernahme der Kosten nachträglich beim Technik- und Forschungsministerium beantragen.« »Zum Glück gab es eine Ausstockung der Förderung.« »Wie häufig sind solche Aktionen und wer steckt dahinter?« »Schaluppe.« »Letztes Jahr gab es, soweit ich weiß, noch keine so umfangreichen Zerstörungen.« »Dieses Jahr waren mehr als die Hälfte von sieben Baustellen in Deutschland betroffen.« »Es gibt immer wieder anonyme Aufrufe von irgendwelchen Senexik-Gegnis oder Politaktivistis zu solchen Zerstörungen.« »Wer genau dahinter steckt, wissen wir natürlich nicht.« »Was sind die Beweggründe der Labor-Zerstörries?« »Schaluppe.« »Viele sehen die Senexik als soziale Gefahr an. Als Werkzeug der Reichen, das zu immer größeren Ungleichheiten in der Gesellschaft führen kann.« »Inhaltliche Gegenargumente kenne ich von der Aktivistiseite nicht.« »Ziel unserer Versuche war ja immer und alleinig, die Technik weiterzuentwickeln, gerade um die Anwendbarkeit für andere Einkommensschichten zu verbessern.« »Bisher sind dazu sehr aufwendige und kostspielige Versuche notwendig, deren Errungenschaften sich oft nur sehr reiche Menschen leisten können.« »Das könnte wirklich zu Ungerechtigkeiten führen.« »Wir entwickeln deshalb effektivere Methoden, die bei mindestens gleicher Wirkung weniger Zeit und Geld benötigen.« »Solche Methoden wollen wir in den Laboren überprüfen.« »Schaluppe.« »Diese Aktion kann uns ein bis zwei Jahre zurückwerfen.« »Das wäre in erster Linie eine wissenschaftliche Katastrophe.« »Vor allem für die Firmen und Forschungsprojekte, die dort einziehen wollten.« »Inen fehlen jetzt Räume und sie könnten ihre Arbeit nicht beginnen.« »Viele Gebäudeteile und Einrichtungen müssen wieder neu errichtet werden.« »Und dazu ist ein weiterer erheblicher Zuschuss nötig.« »Etwa 200.000 bis 300.000 Euro für jeden Standort.« »Wenn wir es nicht schaffen, die Gebäude fertigzustellen, geht der Schaden auf alle betroffenen Partner hochgerechnet in die Millionen.« »Auch viele Steuermittel sind dann verloren.« »Die Aktivistis erreichen eigentlich nur das Gegenteil.« »Wir müssen teurer bauen. Das heißt, die Ergebnisse werden teurer verkauft werden müssen, als es ohne die Zerstörungen geschehen wäre.« »Denken Sie nicht manchmal daran, aufzugeben, wenn Ihre jahrelange Arbeit immer wieder zerstört wird?« »Schaluppe.« »Natürlich denkt man darüber nach, aufzugeben und sich in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm zurückzuziehen oder die Forschung ins Ausland zu verlegen.« »Aber ich stelle mir dann immer vor, dass viele Menschen sterben werden, die noch leben könnten.« »Ich kann doch nicht verantworten, diese Möglichkeit aus Feigheit zu verschenken.« »Das Netz quoll über von entsetzten Berichten und Kommentierungen.« »Ein Beitrag auf der renommierten Online-Hintergrundplattform zur Zeit benannte die Sabotage als Sozialterror.« Richard Tischor von der Universität Göttingen schrieb im Diskussionsblog darunter von Terrorismus und nahm auch die NGOs nicht von der Kritik aus. »Sie würden mit ihrer Ablehnung der Senexik terrorismusfördernde Hasskampagnen betreiben.« »Vernehmung« »Was war mit den Gänsen?« »Fragte Nermind den ersten der drei zu vernehmenden Wachschützis, die in der Überfallnacht in Charlottenburg ihren Dienst schoben.« »Die haben angeschlagen.« »Das sollen sie wohl auch, oder?« »Ja, klar. Wir wissen aber nicht, warum sie laut wurden.« »Nicht wegen des Überfalls?« »Zunächst war nichts zu erkennen. Die Gänse laufen ja in einem ungefähr drei Meter breiten Streifen entlang des äußeren Zauns. Innen ist wieder ein Zaun, damit sie nicht in die Baustelle laufen. In der Nacht haben sie dann Lärm gemacht.« »Was machen Sie dann?« »Wir gehen erst mal hin und gucken. In diesem Fall war das mein Job. Ich bin auf der Seite raus, wo der Lärm herkam, und schaute zunächst einfach so.« »Dann mit dem Nachtsichtgerät.« »Und?« »Nichts. Ich konnte keinen Grund erkennen, warum die Gänse so laut waren.« »Waren das die einzigen Gänse?« »Nein.« »Damit die nicht alle irgendwann am gleichen Fleck und die anderen Seiten ungeschützt sind, ist der umgebende Streifen in vier Abschnitte geteilt.« »In jedem sind dann so fünf bis acht Gänse.« »Und laut war nur die eine Gruppe?« »Ja, so schien es.« »Vielleicht waren es auch zwei aneinander liegende Gänsescharen.« »Die können ja dicht zusammenstehen und wie eine wirken, wenn sie beide nah am Trennungsaun stehen.« »Gut. Machen Sie noch etwas, wenn die Gänse aufgeregt sind?« »Nein. Es ist für uns wie eine Alarmanlage. Wenn die losgeht, geht jemand hin und guckt. Wenn nichts ist, ist alles wieder ruhig.« »Aber es war nicht ruhig.« »Doch.« »Zumindest schien es für mich so. Ich hatte das Gebäude verlassen, in dem wir uns meist aufhalten.« »Alle halbe Stunde macht jemand von uns einen Rundgang. Ansonsten verlassen wir uns auf die Gänse und schauen auf die Bilder der Überwachungskameras.« »Wie oft schlagen die Gänse an?« »Ziemlich häufig. Das macht es nicht einfacher.« »Und in der Nacht?« »Wahrscheinlich auch schon ein- oder zweimal davor.« »Ich weiß es nicht mehr genau.« »Sit sie schon länger dort eingesetzt?« »Was heißt länger?« »Na ja, zum Beispiel schon seit Wochen oder Monaten?« »Ja, ich bin schon einige Zeit da tätig. Sicherlich mehrere Monate.« »Zuerst war ich ja oft allein. Aber in letzter Zeit wurde die Bewachung auf drei Personen aufgestockt.« »Wie ist Ihre Erfahrung? Schlagen die Gänse zuverlässig ein?« »Absolut. Ich habe kein Mal erlebt, wo jemand kam und die Gänse keinen Lärm machten.« »Aber tagsüber ist doch immer Betrieb dort.« »Da sind die Gänse auf einem anderen Stück zusammen eingesperrt.« »Sonst wäre es ziemlich laut. Ja, das stimmt.« »Wie erklären Sie sich, dass es diese Nacht nicht klappte mit den Gänsen?« »Ich kann nicht sagen, ob es nicht klappte. Ich war ja draußen wegen dem Lärm der Gänse.« »Da konnte ich dann nicht hören, was zum Beispiel auf der anderen Seite des Gebäudes passiert.« »Aber Ihre Kollegis?« »Ja, die haben gesagt, sie hätten nichts gehört. Vielleicht waren auf der anderen Seite aber auch keine Gänse.« »Wieso das? Ich denke, es sind in jedem Abschnitt welche.« »Na ja, wir haben hinterher gesehen, dass die Trennzäune zwischen den vier Abschnitten beschädigt waren.« »Was? Das sagen Sie jetzt erst?« »Wir haben es heute auch erst gesehen, als wir uns wunderten, warum auf der einen Seite keine Gänse waren.« »Das heißt, die Gänse waren vielleicht alle auf der einen Seite und die andere Seite war ohne lebende Alarmanlage?« »Kann sein.« »Wir können es jetzt nicht mehr feststellen.« »Die Gänse haben sich ja während der ganzen Zerstörung wahrscheinlich weiter bewegt.« »Und Lärm gemacht?« »Wahrscheinlich nicht.« »Was im und am Gebäude passiert, interessiert die nicht.« »Das ist weit genug weg und daran haben sie sich ja auch gewöhnt.« »Das heißt, es könnte sein, dass die Angreifer die Gänse zusammengebracht haben und dann auf der freien Seite eingedrungen sind?« »Das ist möglich.« »Allerdings müssten die Gänse laut geworden sein, als jemand die Zäune durchtrennt hat, die die vier Abteilungen trennen.« »Das kann ja auch sein. Sie sagten ja, dass es ein- oder zweimal vorher schon Gänsegeschrei gab.« »Ja. Dass die Gänse dann später, als sie vielleicht alle zusammen waren, Krach machten, kann Zufall gewesen sein, oder vielleicht sind sie zwecks Ablenkung zum Lärm gebracht worden, während die Laborzerstörers auf der anderen Seite ins Haus eindrangen.« »Denkbar.« »Aber es hat doch noch andere Sicherungen gegeben. Haben die alle versagt?« »Ich kann Ihnen nur wiederholen, als alles losging, war ich draußen und schaute in die Richtung, wo die Gänse lärmten. Fragen Sie meine Kollegis.« Die Kriminalbeamtis ließen eine Pause. Nermin stand auf, lief einmal um den Tisch und füllte ihre Tasse mit dem frisch gebrühten Kaffee. Sie wollte konzentriert bleiben, auch wenn ihr die letzte Nacht noch in den Knochen steckte. »Gut. Dann danach«, begannen sie auf dem Rückweg zu ihrem Platz wieder. »Wie ging es dann weiter?« »Als ich gesehen hatte, dass nichts war, wie gesagt, so etwas kommt häufiger vor, zum Beispiel wenn ein Hund am Zaun entlang geführt wird, der aggressiv auf die Gänse reagiert, bin ich dann wieder Richtung Gebäude gegangen. »Da war auch nichts Ungewöhnliches. Ich bin durch die Türöffnung hinein, die im Moment ja nur durch eine Plane verhangen ist. Die Türen im Erdgeschoss fehlen ja noch. Der spätere Haupteingang wird als Transportweg in die Baustelle genutzt.« »Welche Tür genau?« Melana hatte das Luftbild auf den Touchtable geholt. »Zeigen Sie mal, wo Sie ungefähr waren, wo die Gänse waren und wie Sie dann gegangen sind.« Die Erwachschützi zog mit dem Lightpen eine Linie sierender Bewegungen und malte dann einen Pfeil für den Durchgang, wo sie wieder im Haus verschwand. Ich bin dann vielleicht zwei Meter ins Gebäude gegangen, als plötzlich vor mir ein heller Strahler anging und mich blendete. Ich konnte nichts mehr sehen. So dann traten zwei dunkle und maskierte Gestalten neben mich. Eine links, eine rechts. Sie sprachen mich sofort an, dass es einen Überfall gäbe. Eine politische Aktion, die sich nicht gegen mich richten würde. »Wie sprachen die? Laut? Leise? Dialekt?« Sie sprachen sehr ruhig. Offenbar wollten sie mich beruhigen. Mir schien, dass es ihnen wichtig war, dass ich nicht in Panik verfalle. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es ihnen unangenehm war, dass sie mich einschüchtern mussten. Sie sagten mir dann, dass ich mit ihnen in den Keller gehen solle, wo ich mich die nächste Zeit aufhalten müsse. Es täte ihnen sehr leid. Es müsse aber sein. Oder sowas haben sie ständig wiederholt. Sonst war nichts Besonderes an ihrer Sprache. Und dann sind sie mitgegangen? Ja, was sollte ich machen? Ich hatte natürlich Angst. Die hatten Schlagstöcke und irgendwelche Gaspatronen dabei. Das zeigten sie sehr deutlich, aber sagten immer, dass sie das nicht benutzen wollten. Die Erwachschützi stockte. Es war deutlich zu sehen, dass die Nacherzählung sie an der Ängste neu entfachte. Sie schildern das gut, versuchte Sigi, die Emotionen wieder herunter zu kochen. Das ist wertvoll für uns. Ich ging mit in den Keller, immer von vorne geblendet und mit den zwei Gestalten, die mich am Arm festhielten. Sind sie verletzt oder sind ihnen Schmerzen zugefügt worden? Nein. Die waren eher sanft. Sie wirkten so, als wollten sie alles sehr vorsichtig machen. Wir kamen dann unten an. Es gab einen fensterlosen Raum, soll wohl später ein Lager werden. Weiß ich nicht. Aber da kam ich rein. Meine Kollegis waren da schon drin. Die haben dann die Tür zugemacht. Haben sie Hilfe geholt? Wollten wir. Die haben uns unsere U-Pads gelassen, aber die funktionierten da unten nicht. Ist das immer so? Weiß ich nicht. Hab ich nie probiert. Waren sie die ganze Zeit denn da drin? Ja. Und haben sie etwas mitbekommen von dem, was rundherum passierte? Nein. Aber ab und zu kamen Personen rein. Ich nehme an, von denen, die das Gebäude zerstört haben. Die haben dann immer geblendet und uns gesagt, wir mögen auf der Bank Platz nehmen, die da stand. Steht die da immer? Weiß ich nicht. Vielleicht haben die die da reingestellt. Haben die mit ihnen gesprochen? Ja, sie haben uns informiert, was passiert. So im Groben. Sie haben uns auch erklärt, warum sie das tun. Und dass diese blöde Senexik uns ja auch nichts bringt. Und so weiter. Warum sagen sie blöde? Wollte der BK-Aller wissen. Die Erwachschützi zuckte ein wenig zusammen und schaute vorsichtig zum Fragenden. Naja, nicht mit meinem Gehalt. Was soll ich da hoffen? Sympathisieren sie mit solchen Aktionen? Der BK-Aller war aufgestanden und stützte sich auf den Tisch. Nein, natürlich nicht. Es ist ja mein Job, sie zu verhindern. Aber bei der Übermacht konnten wir nichts tun. Das war nicht meine Frage. Nermin beobachtete die Szene etwas unruhig. Sie stand in der Mitte. Im Raum, aber auch sozial betrachtet. Die Wachschützis halfen einer Technik, die ihnen nichts bringen würde. Sie kassierten für ihren harten Job nur sehr wenig Geld. Aber möglicher Sozialneid machte sie noch nicht automatisch zu Tatverdächtigen. Andererseits, es war bislang die einzig schlüssige Erklärung. Zu stark wichen die Muster dieser Überfälle von allem ab, was sie politisch bisher kannte. In der Szene hauptamtlich geführter NGOs waren solche Aktionen noch weniger vorstellbar als unter den Wachschützis. Die auch nachts mit Sonnenbrille herumlaufenden Reste auf sich selbst abfahrende Autonoma waren auch weit davon entfernt. Es müsste also eine völlig neue politische Protestkultur sein, die sich da zeigte. Oder eben doch, Wachschützis, die Laborbetreibenden selbst, oder die alle zusammen. Eine verwegende Überlegung, die aber auch ihre Unwahrscheinlichkeiten hatte. So waren es wenige Orte, an denen unterschiedliche Firmen die Bewachung übernommen hatten. Wer sollte so etwas koordinieren? Der Tatverdacht gegen die Wachschützis kam nur auf, weil es nirgends irgendwelche Hinweise auf Tätis gab. Wie sollten die es so unbemerkt auf das Gelände und von dort wieder heruntergeschafft haben? Durch die Observationen, denen die entsprechenden Richtigst glatt zugestimmt hatten, hatte die Soko viele Informationen über die Szene der Baustellenbesetzis und der Machis des Films mitsamt angehängter Kampagne erfahren. Lange Tabellen der Filmvorführung, Zuschauerzahlen, Presseveröffentlichungen, Filmverkaufszahlen und vieles mehr spuckten die Computer aus. So wussten sie, dass die Kampagne zu den Seilschaften hinter der Senexik-Forschung wuchs und wuchs. Immer neue Namen und Orte konnten in die Systeme eingespeist werden. Aber zu den Aktionen ergab sich daraus nichts. Das ließ diese eher als Tatverdächtige ausscheiden. Sonst hätten sie schlauer sein müssen als die ganze Überwachungsmaschinerie. Unvorstellbar. Derweil hatte der BKA-Ladin-Wachschützi wieder in die Mangel genommen. Dersen Antworten wurden kürzer. Unter Druck lassen sich Zeugis nicht so gut vernehmen, hatte Nermin immer gelernt. Im Studium und im Alltag ihres Berufs. Sie mischte sich wieder ein. Lies sich denn im Nachhinein noch etwas rekonstruieren, was die Kameras aufgezeichnet hatten? Nein, die haben ja alles auseinandergebaut. Alle Kabel, Computer, die Kamera, alles. Aber die Daten sind doch aufgezeichnet worden. Ja, aber die haben auch alle Speichermedien auseinandergebaut. Nicht nur rausgeschraubt, sondern zerlegt. Danach ist so ein Medium hinüber. Vielleicht haben sie auch die Datenträger zerstört oder mitgenommen. Das weiß ich nicht. Die Reste hat ihre Polizei mitgenommen. An der Stelle machte weiteres Befragen wenig Sinn. Nermin kannte die Ergebnisse der Spurenanalyse. Alle Speichermedien waren nicht mehr auswertbar oder fehlten. So, wie wenn je Mensch mit einem megastarken Magneten alles berührt hätte, hatte dir Laborleit die gesagt. Es war nichts rauszuholen. Die Soko ließ den Zeugie für etwaige weitere Fragen im Zimmer warten und wechselte, nicht ohne eine kleine Pause an der Kaffeebar, in den zweiten Vernehmungsraum, wo eine weitere Wachschützi schon einige Zeit wartete. Meine Aufgabe war es, die Monitore im Auge zu behalten. Die Aufzeichnungen sind weg, hat ihr Kollegi erzählt. Ja, schlimm. Können Sie sich erinnern, irgendetwas Ungewöhnliches gesehen zu haben? Nein. Schauen Sie denn dauernd auf die Bilder? Schon. Wenn ich mal weg muss, also zum Beispiel auf Toilette, bitte ich einen die Kollegi, die Aufgabe zu übernehmen. Die Monitore sollten immer überwacht werden. Ist das eine Anweisung? Ja, von der Firma. Wie viele Kameras sind es denn? Elf. Die können Sie aber doch gar nicht alle gleichzeitig angucken. Nein. Ich habe vier Monitore, kann also maximal vier gleichzeitig sehen. Oder auch nur drei, wenn ich auf einem gerade eine Ausschnittsvergrößerung mache, also irgendetwas vielleicht Verdächtiges ranzoome. Gab es einen solchen Moment? Nein. Außerdem sind an allen Kameras auch Bewegungsmelder. Wenn die etwas registrieren, kommt automatisch das Bild auf einen der Monitore. Es sei denn, das passiert bei mehr als vier? Ja schon, aber das ist noch nie passiert. Außerdem würden dann trotzdem ja zumindest vier Sachen sichtbar werden. Und ich sehe an den Kontrollleuchten, dass noch mehr Bewegungsmelder auslösen. Wie war das in der Nacht? Nichts. Es war nichts. Nichts auf den Monitoren und kein Bewegungsmelder? Genau. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Und nachprüfen kann es auch niemand. Es gibt die Kameras ja nicht mehr. Beziehungsweise nur noch als Haufen von Schräubchen, Platinen, Gehäuse und Glasteilen. Fällt auch mal eine Kamera aus? Selten. Bekommen Sie das überhaupt mit? Naja, ich schalte schon immer durch, wenn kein Bewegungsmelder anschlägt. Dann sehe ich hier ein Bild. Oder eben auch nicht. Schauen Sie sich alle Kameras gleich oft an? Die Erwachschützi zögerte. Puh. Also ich gehe ja immer alle durch. Richtung Straße schaue ich schon mal etwas länger, weil da öfter was los ist. Ich schaue, ob sich Menschen verdächtig verhalten. Sie können auch die Fußgängis hinter dem Zaun, also von Ihnen aus gesehen, beobachten? Ja, jedenfalls bei den zwei vorderen Kameras. Haben Sie da eine Genehmigung? Sonst ist das wohl nicht erlaubt. Die Erwachschützi zog die Schultern hoch. Keine Ahnung. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Das kann zum Beweismittelverbot führen, wenn eine Aufnahme so gemacht wird, dass sie nicht legal ist, zeigte Nermin wenig Verständnis für eine Kameraausrichtung auf den öffentlichen Raum. Doch der BKAler fiel ihr ins Wort. Das ist so eindeutig nicht. Zur Aufklärung besonders schwerwiegender Verbrechen dürfen auch solche Aufnahmen herangezogen werden. Und so einen Fall haben wir hier ja wohl zweifelsfrei. Nermin wandte sich wieder deren Wachschützi zu. Können Sie sich an Bildausfälle in der Nacht erinnern? Hm. Schwer zu sagen. Die sind immer unspektakulär. Meist ist das Bild schnell wieder da. Ich kann auch nicht mehr so genau sagen, ob in dieser Nacht irgendeine kurze Störung oder ein kurzer Bildausfall dabei war. Jedenfalls nichts Längeres. Gut. Versuchen Sie sich mal an die Kameras zu erinnern, die auf der Rückseite des Gebäudes sind, also von der Straße abgewandt. Können Sie da auch über die Grundstücksgrenze hinweg gucken? Ja, aber da ist keine Straße, nur angrenzende Grundstücke und der alte Friedhof mit Kapelle. Sind da auch ab und zu Bewegungen oder Menschen zu sehen? Schon, aber nicht viel. Auf den Grundstücken geht mal das Licht an und wieder aus. Wenn je Mensch durch den Garten läuft, sehen wir das auf dem Infrarotbild, welches sich ebenfalls automatisch zuschaltet. Auch bei Tieren, jedenfalls den etwas größeren. Und auf dem Friedhof? Da ist natürlich noch häufiger was los, aber nicht ständig. Haben Sie in dieser Nacht vor dem Überfall dort Beobachtungen gemacht? Es entstand eine kleine Pause. Ich kann mich an nichts erinnern. Siggi mischte sich plötzlich ein. Heißt das eher, es passierte nichts Ungewöhnliches oder ist gar nichts passiert? Wieder eine Pause. Ich glaube, ich kann das nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ein bisschen ist es mir so, als wäre wirklich nichts passiert. Aber vielleicht habe ich es auch nur schnell wieder vergessen, weil es so unbedeutend war. Ich will Ihnen erklären, warum ich das frage, setzte Siggi die Vernehmung fort. Wir haben die Gänse. Die sind nicht mehr aufgeteilt, sondern zusammen in einer Gruppe. Plötzlich machen sie Lärm. Direkt am Zaun zur Straße. Haben Sie das durch die Kamera dann auch gesehen? Ja. Dann ist ein Nikolegi rausgegangen, um nachzusehen. Das wissen wir schon. Und Sie gehen weiter die Monitore durch? Genau. Jetzt müssen Sie aber doch ein bisschen wach sein. Wenn die Gänse anschlagen und Sie sehen dann durch den Monitor Menschen, würden Sie doch, zumindest mitten in der Nacht, etwas genauer hinsehen, oder? Wahrscheinlich schon. Jaja, sicher. Das würde ich wohl. Dann könnten Sie sich aber wahrscheinlich auch erinnern, oder? Möglich. Stimmt schon. Es war also wohl nichts. Aber unmittelbar danach stehen diese Leute in Ihrem Raum. Ja. Wie sind die denn da hingekommen? Die Erwachschützi schaute wieder deutlich ängstlicher in die Runde. Es entstand eine Pause. Darf ich Sie auch mal was fragen? Natürlich, bitte. Die Erwachschützi atmete tief. Verdächtigen Sie uns, mit denen unter einer Decke zu stecken? Das reizte den BK-Alar. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ja. Die Erwachschützi zuckte zusammen. Die Stimme des BK-Alar war hart und laut. Geben Sie mir doch einmal eine andere Erklärung. Sollen die durch die Luft gekommen sein? Vielleicht. Ich weiß es doch nicht. Oder vom Raumschiff heruntergebeamt? Nur dumm, dass das noch niemand erfunden hat in der Realität. Die Erwachschützi schwieg. Sie nahm das Gespräch wieder auf und versuchte, die Zeuge zu beruhigen. Ich will ja nur herausfinden, wie das alles hat gelingen können. Sie haben doch noch einige Zeit auf die Monitore gestarrt. Wegen der Gänse zumindest etwas aufmerksamer als vielleicht sonst. Die Bewegungsmelder waren da. Und plötzlich stehen da zehn oder mehr Menschen in ihrem Raum. Das ist doch absurd. Die müssen durch die Kameras geschritten sein. Und zwar wahrscheinlich gegenüber den Gänsen, also von der Rückseite. Wahrscheinlich haben die Tätis die Gänse selbst gereizt, um sie abzulenken. Aber die Kameras und Bewegungsmelder hätten reagieren, sie hätten etwas sehen müssen. Nein, es war niemand auf dem Bild. Gar nichts. Ich vermute, dass überhaupt nichts war, weil ich mir das in der Tat zu dem Zeitpunkt genauer angeguckt haben dürfte. Kurze Zeit später war die zweite Vernehmung zu Ende. Wir lassen uns verarschen, provozierte der BKAler an der Kaffeebar einen Streit über die Vernehmungsmethoden. Ohne Tätischaft oder zumindest ein Beihilfe der Wachschützis ist das Ganze nicht erklärbar. Doch Siki hat ein anderes Modell im Kopf. Ich fahre sofort zum Tatort. Ich will sehen, ob mein U-Pad in diesem Kellerraum Empfang hat. Und wenn nicht, dann beweist das doch auch nur, dass die Wachschützis lügen. Oder dass eine Technik angewendet wurde, die Funkverbindungen außer Gefecht setzt. Die gibt es schließlich. Sind aber verboten. Als wenn das bei einem solchen Überfall ein Argument wäre. Siki griff U-Pad und Mantel. Dann eilte er zur Tür. Ihr könnt noch etwas tun. Nämlich? Aktiviert nochmal die Spurensuchis. Alle Kameras und Kabel sollen darauf untersucht werden, ob es Hinweise darauf gibt, dass ein Fremdkabel angeschlossen wurde. Warum das? Dass die Wachschützis selbst tätig sind oder zumindest mit denen unter einer Decke stecken, ist eine Theorie. Die andere, dass wir es mit einer brillanten Aktionsgruppe zu tun haben. Die zapfen das Filmsignal vorher an, speichern es und klemmen es an die Datenleitung. Auf dem Monitor ist dann alles unverdächtig. Aber leider das Bild von der Nacht davor. Oder noch älter. Dann schritt er entschlossen durch die Tür, die sich hinter ihm selbst tätig schloss. Melana, die mit offenem Mund den Worten gelauscht hatte, stellte eine Verbindung zur Spurensicherung her. Hallo, hier ist Melana von der Soko. Ich hätte da ein Anliegen, aber... Ach, ich komme lieber gleich direkt rüber. Ihr seid noch eine Weile da? Gut, dann bis gleich. Nermin und der BKAler blieben im Raum. Beide bemühten sich, mit kleinen Nettigkeiten die frostige Stimmung in der Soko wieder aufzuweichen. Ich schreibe einen Bericht über die Vernehmung, bot der BKAler in ungewohnter Freundlichkeit an. Nermin war froh, dass der Konfrontationskurse verlassen wurde. Ja, danke. Ich werde nochmal die Tatortfotos durchgehen und die neuen Infos hinzufügen. Wir können dann auch demnächst mal runtergehen und was essen, oder? Ja, gerne. Lass uns die beiden Sachen fertig machen und dann... 20 Minuten später befanden sich auf dem Weg in die Kantine. Unterwegs klopfte Sigi auf Nermins Juppet an. Ich stehe hier im Kellerraum und du siehst, bester Empfang. Eine bittere Entscheidung Sonja Schumann, die Fortschrittssenatorin der Stadt, hatte sich angekündigt. In der Vörgib-Steuerungsgruppe ahnte niemand etwas Gutes. Und es kam nichts Gutes. Sie wissen, ich habe immer auf ihrer Seite gestanden, kreiste die Politikerin das heiße Eisen ein. Und ich bin immer noch überzeugt, dass es die Sache wert wäre. Aber ich muss Ihnen leider sagen, dass das Thema zur Zeit nicht mehr durchsetzbar ist. Entsetzte Blicke. Was heißt das? Sie haben mitgeteilt, dass Sie für die Reparaturen am gläsernen Labor weitere 2 Millionen Euro brauchen. Ich kann dieses Geld nicht bereitstellen. Niemand kann es. Die Ministerin erläuterte ihre Versuche, Unterstützung für den Wiederaufbau zu organisieren. Doch bei den Koalitionspartnern und auch in der eigenen Fraktion hat es Gegenstimmen gegeben. Es dauerte fast drei Wochen, bis die Kunde vom Aus des gläsernen Labors die Öffentlichkeit erreichte. Dann aber richtig. Große Schlagzeilen zierten die Touchscreens der Stadt. Auch ein Interview mit Marvin Schaluppe war schnell zu finden. Das gläserne Labor in Charlottenburg war der einzige Ort in Deutschland, an dem Menschen, der Erforschung und Anwendung der Senexik hätten zuschauen können. Warum wird das jetzt nichts? Marvin Schaluppe. Unser Anspruch war, wir wollten den Besuchern vorstellen, was sich auf dem Gebiet in Deutschland tut. Firmen und Forschungsinstitute hätten sich mit ihren neuen Entdeckungen präsentieren können. Zudem hätten sich den Besuchern Einblicke in den Alltag der praktischen Anwendungen geboten. Aber jetzt werden wir gar nichts zeigen können. Weil die Gelder wegfallen? Schaluppe. Ja, aber auch, weil sich Firmen aus Deutschland zurückziehen. Es war ein Signal, dass die UPLS Anfang des Jahres die gesamte Senexik-Sparte nach Südafrika verlagert hat. Auch andere Firmen haben kaum noch Zulassungen für ihre Verfahren oder Zuschüsse für die Forschung erhalten. Alle alten Programme sind ausgelaufen. Laborforschung gibt es in Deutschland kaum noch. Wir hätten nur ein Jammer-Museum eröffnen können. Das wollten wir nicht. Welche Rolle spielten bei Ihrer Entscheidung Aktionen von Senexik-Gegnis? Schaluppe. Es gab von Anfang Anbaustellenbesetzung und Laborzerstörung, gegen die wir uns mit Anzeigen werten. Ich habe über 30 solcher Verfahren geführt, die sich oft über Jahre hinzogen und bei denen ich teilweise Prozesskosten in Höhe von 10.000 Euro tragen musste. Trotzdem glaubten wir, das in den Griff zu bekommen. Bis vor einigen Monaten angreifte ich es unsere Wachleute mit Schlagstöcken und Pfefferspray bedrohten. Wir hätten das Schaulabor in einen Hochsicherheitstrakt verwandeln müssen. Das wäre nicht mehr verhältnismäßig gewesen. Es geht schließlich nur um alte Leute. Lässt sich an dem Aus ablesen, dass die Senexik in Deutschland gescheitert ist? Schaluppe? Ja, das sehe ich so. Wir sind jetzt fast auf Null. Es gibt noch eine Baustelle, die aber wohl auch nicht zu Ende geführt wird. Mit neuen Initiativen ist nicht zu rechnen. Kriminaltechnische Verzweiflungstaten Und? Nichts. Wie nichts. Die Beamte der Spurensicherung hatte den Endbericht aller Auswertungen vom Tatort auf den Touchscreen im Büro der Sonderkommission im Dezernat für Wirtschaftskriminalität geholt. Milana und Sigi schauten auf den Text. Naja, es gibt nirgendwo Spuren, die eindeutig möglichen Tätis zuzuordnen sind. Ein paar Sachen wie Fußspuren könnten von ihnen stammen, aber es gibt keine Schuhe, die dazu passen. Mit was ist das abgeglichen worden? Wir haben mehrere öffentliche Protestaktionen überwacht und alle Schuhprofile dort erfasst. Nichts passt. Das heißt? Entweder es waren andere Tätis oder die ziehen die Schuhe nicht mehr an nach der Aktion. Milana und Sigi blätterten im Text. Oder sie sind geflogen. Milana schaute die in Beamte an. Wäre das möglich? Theoretisch geht alles. Da oben waren jedenfalls keine Kameras. Meines Erachtens hätten wir aber Spuren von der Landung mitbekommen müssen. Ich halte das für unwahrscheinlich, warf Sigi ein. Da waren einige Wachschützi draußen, wegen der Gänse. Die hätten doch was gemerkt. Stimmt auch wieder. Also wissen wir gar nichts. So sieht es aus. Fast jedenfalls. Was wissen wir denn? Dass sie derart präzise vorgehen und auch bewachte Anlagen angreifen, sagt meines Erachtens auch etwas aus. Nämlich? Sie sind gut organisiert und, viel wichtiger, sehr ehrgeizig. Nicht so, wie wir die NGOs oder Violetten kennen. Die gehen dahin, wo es einfach ist, wenig Mühen kostet und viel Aufmerksamkeit bringt. Oder Spenden, grummelte Sigi. Na Vorsicht, mischte sich Nermin kurz in das Gespräch ein. Das mag für deren Apparate stimmen. Aber überall verstreut im Land sind bestimmt auch andere Leute dabei. Ist ja auch egal. So oder so sind diese Leute, die da agieren, besser und offensiver organisiert, als wir es so kennen. Was soll uns dieser Erkenntnis helfen? Ich habe darüber nachgedacht. Es ist doch eigentlich immer dasselbe. Wenn ein neues Labor aufgebaut wird, welches die als wichtig einschätzen für die Senexik, dann werden die wieder zuschlagen. Mag sein. Aber es gibt keine Laborbaustelle mehr. Jedenfalls keine wichtige. Eben. Wieso eben? Wenn wir es hinkriegen, dass wieder gebaut wird, brauchen wir nur zu warten. Eine Falle aufbauen? Ja. So ungefähr. Aber ist das erlaubt? Und außerdem, wer soll? Nermin kam in den Raum, der BKA-Ler folgte. Sie schauten in die Runde. Ist was passiert? Melana berichtete vom Endbericht der Spurensicherung und von der Idee, eine Baustelle als Falle aufzubauen. Wir könnten eine der jetzt zerstörten Baustellen nehmen. Das gläserne Labor zum Beispiel. Das ist einfacher. Wir simulieren den Wiederaufbau. Aber der Schalupper hat doch schon gesagt, dass alles zu Ende ist. Dann muss eben eine andere übernehmen. Am besten ein richtiges Fight-Bild. Was groß ist. UPLS wäre eine Möglichkeit, oder? Und wer baut die kriminaltechnischen Anlagen auf, um die Tätis zu fangen? Oder mindestens zu identifizieren? Tja, das werden wir wohl machen müssen. Ich glaube nicht, dass wir das durchkriegen. Dann machen wir es unter der Hand. Ist ohnehin besser, wenn wir formal außen vor bleiben. Dann brauchen wir andere, die es praktisch durchführen und finanzieren. Fragen Sie UPLS oder andere. Die sind diejenigen, die am meisten davon haben. Aber doch nicht von einer Baustelle, die nur ein Fake ist. Hör mal. Wie viele solche Gruppen von Tätis Mainz so gibt es? Also ich meine damit, solche, die derartige Aktionen hinbekommen, wie wir sie jetzt erlebt haben. Wahrscheinlich nicht viele. Eher nur eine. Na also. Das Problem ist also erledigt, wenn die einmal auf frischer Tat ertappt werden. Das stimmt. Von daher wäre den Versuch wert. Eine kleine Pause trat ein. Nermin trat vor das Touchscreen und blätterte im Spurensicherungsendbericht. Dann kann die Senexik-Branche wieder weitermachen. Und die Reichen werden länger leben. Nermin. Musik 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 K답 Vielen Dank.